Bad Köstritz liegt am Fluss Weiße Elster im thüringischen Landkreis Greiz nördlich von Gera. Bekannt ist die Landstadt durch die Brauerei mit ihrem berühmten Schwarzbier, die seit 1543 besteht. Weiterhin werden in Bad Köstritz Dallin gezüchtet. Im Ortsteil Heinrich Schell ist das Chemiewerk CWK angesiedelt. Geografie Angrenzende Gemeinden sind Kaschwitz-Hartmannsdorf, einer Gemeinde, die nördlich von Kaschwitz liegt, und Kraftsdorf im Landkreis Greiz. Silbitz im Saale-Holzlandkreis sowie die kreisfreie Stadt Gera. Geschichte Der Ort Köstritz fand als Kostritz eine slavische Siedlungsgründung erstmals auf einer Pfändungsurkunde 1364 Erwähnung. Eine Burg existierte seit Mitte des 13. Jahrhunderts. Sie lag wahrscheinlich auf dem Kirchberg. Von da hat man mit der Anlage das Tal der Elster und den Flussübergang kontrollieren und sichern können. Die Stadt ist aus zwei mittelalterlichen Herrensitzen hervorgegangen. Zunächst gehörte die Stadt zur Markgrafschaft Meißen. 1364 kam Köstritz an die Reußen. 1689 bis 1704 wurde anstelle der Burg ein neues Schloss errichtet. Im Jahre 1690 gründen die reußischen Grafen von Schleitz für einen Seitenzweigreusschleitz Köstritz das Paragium Reus Köstritz, das bis 1918 bestand. Um 1804 wurde in der Elsterau der Schlosspark im Stil eines englischen Landschaftsgartens gestaltet. Seit 1543 wurde das gewerbemäßige Ausschenken von Bier der Fürstlich-Reusschent-Bierbrauerei in der unteren Schenke erlaubt. Der Dallienzüchter Christian Degen gründete 1826 eine Gärtnerei und leitete damit den Ruf des Ortes als Blumenstadt ein. Christian Glenk eröffnete 1831 auf der Polizaflur die Saline Heinrichschel, die allerdings 1909 ihre Produktion einstellte und mit der 1845 errichteten chemischen Fabrik vereinigt wurde. Im Jahre 1845 richtete Adolf Sturm eine Badeanstalt ein, die 1865 durch Neubau eines Kurhauses und Umwandlung in eine Aktiengesellschaft bedeutend erweitert wurde. Das Landwirtschaftliche Institut des Dr. Hans Hettegast siedelte sich 1886 in Köstritz an. Daraus entwickelte sich mit einem 1903 errichteten Institutsgebäude die Höhere Gärtnerlehranstalt, die 1943 für ein Lazarett ausgelagert und 1945 geschlossen wurde. An dieser Lehranstalt legte U. R. Ferdinand Tutenberg sein Examen ab. Im Jahre 1911 wurde das neue Thüringer Frauenasyl am Goldbach eingeweiht. In Poliz entstand 1912 ein neues Schulgebäude. Im Jahre 1919 wurde mit der Erschließung der Gebinde als Wohnungsbaugebiet begonnen. Ab 1926 durfte der Ort sich Bad Köstritz nennen. Das Thüringer Ministerium verlieh ihm dann 1927 offiziell das Stadtrecht. Im Jahre 1933 begann die Älsterregulierung von Geratischitz über Bad Köstritz bis Kaschwitz. Mit ihr in Verbindung standen erste große Veränderungen im Köstritzer Park. Es folgte der Bau eines Freibades mit 5M Sprungturm 1936 im Zusammenhang mit der Älsterregulierung am Paradies. Seit Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 mussten Zwangsarbeiter aus den von Deutschland besetzten Ländern im kriegswichtigen Chemiewerk und in der Schwarzbierbrauerei Zwangsarbeit leisten. Im Jahre 1942 wurde der ehemalige Leiter des Thüringer Frauenasyls Werner Syltin im KZ Dachau ermordet. Ab 1943 war Bad Köstritz Lazarett statt. In der Nacht zum 13. April 1945 wurde eine Kolonne von Häftlingen des KZ Buchenwald auf einem Todesmarsch durch den Ort getrieben, wobei 43 Personen durch den Terror der SS ihr Leben verloren. Die zunächst an verschiedenen Stellen verscharrten wurden auf den Friedhof umgebettet und mit einer Gedenkanlage geehrt. Ein Gedenkstein an der staatlichen Regelschule in der Hergerstraße erinnert ebenfalls an sie. Im April 1945 besetzten US-Truppen den Ort. Anfang Juli wurden sie von der Roten Armee abgelöst. Damit war Bad Köstritz in die sowjetische Besatzungszone eingegliedert. Ab 1949 in die DDR. 1948 wurde die fürstliche Brauerei, deren letzter Inhaber Rudolf Zerschwa, verstaatlicht. Im Jahre 1948 konnte die Wiedereröffnung des Kurhauses als Rheumasanatorium begangen werden. 1953 wurde eine Brücke des Friedens über die Elster mit ca. 800 Metern Spannweite im Zuge einer neuen Fernverkehrsstraße durch den Park eingeweiht. Die erste Großbaustelle der Stadt nach 1945. 1969 wurde der Westflügel des Schlosses abgerissen, 1972 der Hauptflügel. Das erste gemeinsame Medaillenfest des Gemeindeverbandes Bad Köstritz wurde 1979 im Park gefeiert. Im Jahre 1985 erfolgte die Rekonstruktion und Neueinweihung der Heinrich-Schütz-Gedenkstätte anlässlich des 400. Geburtstages des Komponisten. 1990 wurde das Kurhaus geschlossen und sieben Jahre später abgerissen. Das Wohngebiet am Rosenhügel sowie die Wohnparks am Birkenhain und am Erlicht wurden seit 1993 errichtet. Das modernisierte Freizeit- und Erholungsbad und eine Beachvolleyballanlage wurden 1998 eröffnet. Ein Jahr später folgte die Eröffnung der Seniorenresidenz Karlskrona auf dem Gelände des ehemaligen Kurhauses. Am 1. Januar 1994 wurden Reichertsdorf und Kleiner eingemeindet. Entwicklung der Einwohnerzahl Datenquelle ab 1994 Thüringer Landesamt für Statistikpolitik Bad Köstritz ist erfüllende Gemeinde von Karschwitz und Hartmannsdorf. Seit der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,3%. Wappen und Flagge Die Stadt Bad Köstritz beschreibt das von ihr verwendete Wappen folgendermaßen. Silberner Löwe nach links rückwärts gewandt, doppelschwänzig und rot bewährt in der rechten Pranke das gerade Schwert. Die Linke stützt sich auf den Schild auf blauem Grund die in Freundschaft verbundenen Treuhnhände. Heraldisch korrekt Für eine andere Form des Wappens gilt folgende Wappenbeschreibung. Die Fahne ist eine Trikulore, längs gestreift in gleichbreiten Bahnen mit den Farben Schwarz-Weiß-Blau. Partnerschaften Stadt Bad Arolsen in Hessen Stadt Wittburg in Rheinland-Pfalz Patenkompanie 1. Panzerpionierbataillon 701 aus Gera Kultur und Sehenswürdigkeiten In Bad Köstritz beginnt die Reussische Fürstenstraße, sie endet in der Kurstadt Bad Lobenstein. Die Stadt kann viele sehr gut erhaltene Fachwerkbauten vorweisen. Von der früheren Vierseitenanlage des Schlosses wurde der größte Teil zur DDR-Zeit abgetragen. Die Roggenmühle wartet noch darauf zur alten Schönheit zurückzufinden. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit ist das Heinrich-Schütz-Haus. Es wurde 1985 als Forschungs- und Gedenkstätte begründet und im Jahre 2000 saniert. Hier findet sich eine Dauhausstellung für den Komponisten. Neben seiner musealen und wissenschaftlichen Funktion versteht sich das Haus auch als ein Ort der Musikdarbietung. Der eigene Konzertraum bietet 50 Besuchern dafür Platz. Das Haus ist zudem Treffpunkt der Schütz-Akademie e.V., ein Kulturverein, der sich mit der Lebenskultur des 17. Jahrhunderts beschäftigt. In der Mansarde des Köstritzer Palais, dem heutigen Sitz der Stadtverwaltung, wurde 2003 ein Julius-Sturm-Gedenkzimmer eingerichtet. Bereits von 1918 bis 1945 hatte ein solches existiert. Im Zentrum der Stadt hinter dem Haus des Gastes befindet sich das Dahlien-Zentrum Bad Köstritz. Dort findet eine Dauhausstellung mit Themen zur Dahlie statt. Im Sommerhalbjahr kann man sich im dahinterliegenden Schau- und Lehrgarten Naturraten von Dahlien alte Sorten und Neuzüchtungen ansehen. Es beherbergt das deutsche Dahlien-Archiv. Parks und Gärten im denkmalgeschützten ehemaligen Schlosspark befindet sich ein kleines Tiergehege. Das Rosarium der ehemalige Kurpark befindet sich gegenüber der heutigen Seniorenresidenz. Hinter dem Dahlien-Zentrum Bad Köstritz liegt der Schau- und Lehrgarten für Dahlien. Der Köstritzer Werfertag ist seit 1995 ein jährliches Sportereignis, bei dem die besten deutschen Sportler in den Wurfdisziplinen der Leichtathletik an den Start gehen. Regelmäßige Veranstaltungen bei Achrak-Bikap im Juli, Köstritzer Werfertag im August, Dahlienfest im September, Heinrich-Schütz-Musikfest im Oktober, Wirtschaft und Infrastruktur. Ebenfalls im Osten der Stadt befindet sich der Bahnhof an der Bahnstrecke Leipzig-Gerr-Saalfeld, an dem Regionalbahnen und Expresse halten. Durch Bad Köstritz führt der Elster Radweg, ansässige Unternehmen Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH, Chemiewerk Bad Köstritz GmbH, Biogaskraftwerk der WABIO Bioenergie-Technik GmbH. 2007 Betriebsbeginn 2009 Insolvenzanmeldung Der insolvente Betrieb wurde 2010 von der Dann-Power-Gruppe übernommen. In Bad Köstritz befindet sich die Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Heinrich schützt deutscher Komponist des Frühbarock. Heinrich II., Reus zu Köstritz, deutscher Adliger aus dem Hause Reus Köstritz. Heinrich IX., Reus zu Köstritz, Stifter des mittleren reussischen Zweiges Köstritz. Heinrich II., Reus-General der königlich-bayerischen Armee und Inhaber des Kommandeurkreuzes des Militär-Max-Joseph-Ordens. Heinrich 61., Reus zu Köstritz, Graf und Erbprinz Reus zu Köstritz. Heinrich 64., Fürst Reus zu Köstritz, Ernst Terger, erstklassiger Rosengärtner in Köstritz. Julius Sturm, bedeutender deutscher Dichter der Spätromantik, Pfarrer in Köstritz von 1856 bis 1885, Ehrenbürger von Köstritz 1885, Gustav von Höfner, deutscher Chemiker. Heinrich Sturm, deutscher Jurist, Politiker und von 1908 bis 1917 Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz. Klaus Münster, deutscher Schauspieler. Eckehard Degen, deutscher Veterinärmediziner. Udo R., Vollert, deutscher Kirchenmusiker. Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben. Georg Anton Bender, deutsch-böhmischer Kapellmeister und Komponist, verbrachte seine letzten Lebensjahre in Köstritz. Christian Degen begründete 1826 in Köstritz die deutsche Dahlienzüchtung. Hans Settegast, ab 1886 Leiter der höheren landwirtschaftlichen Lehranstalt in Köstritz. Werner Sylten, deutscher evangelischer Theologe. Filme, ARD, MDR, Thüringen, Bilderbuch Deutschland, von der oberen Saale zur Reussischen Fürstenstraße, UAP Video GmbH, Leipzig 2005, DVD, Europe L, 4 zu 3.